lalala was mache ich denn komplett panne kein kommenter jetzt nur noch stufe 50 nur noch ich jetzt auch what fuck ey ich habe doch die ganzen sachen hier alle zusammen gemacht was soll denn scheiße warum ist das jetzt wieder auseinander oh shit betrug ist das hat er nicht zufällig hier irgendwie in der sense so in meinem level bereich nö nur 5 26 und 60 sind ja absolut keine gewaltigen sprünge hm auch jemand legendär diablo was ist ein diablo ich nehme gern diablo diablo ist immer gut ja was für ein diablo wovon redest du ah bringt nichts ist für ein mensch die glauben fest an mich die glauben fest an mich bing bist du tight oh das ist ja gleich was gelbes hallo omi wie wo bin hier gut ich muss noch kurz edelstein aus tun alles gut oh speedy oh gopleen hugo hugo tot komi kommt an fuchtelt überall in alle richtungen ist schon lange tot weißt du das sah echt gut aus gerade angekommen in alle richtungen gar nichts mehr da wie geht's weiter oh hier ist eine truhe hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt ein ganz schönes beat verbraucht alles für den arsch wer rennt denn da so weit vor dennis ich bin's nicht ich habe die truhe gesehen und ich habe die truhe geöffnet hier ist noch eine noch eine aufgemacht hier ist noch eine boah da haut die aber rein hier gerade diese scheiß komischen geister da mit ihren blitzen die sie nach vorne ballern ey nerffiecher schon der nervpickerts jetzt baue ich wenigstens weiter boah sieht so aus dennis rennt rückwärts da ist da was schönes getroppt für dich ja vor mir und was ganz bei euch denn wieder was ja die schuhe darf ich nicht vergessen so die sind schon weiter nö tschüss dennis ich renne hier nur so ein wild gehorn und baba hinterher ja 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 Auf, ja. Weil die einfach abhaut. Schnappt ihr euch! Oh. Zieh den aber mal rein, what the fuck? Fuck, fuck, fuck. Ich muss nur kurz Fähigkeiten gucken. Niemals. Wenn wir für sowas Zeit hätten. Hör doch auf. Können wir nach dem Portal mal ne kurze Pinkelpause einlegen? Ne. Hat er nicht gefragt oder? Ne, weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was er soll. Vielleicht hätte man ihn nicht mitnehmen sollen. Das war nämlich die Frage gewesen, seid ihr alle ready und so? Ähm, wirst du ja sagen. Das war auch schon die Verpflichtung durchzuspielen. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Oh, 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 oh. Ja. Habe ich gerade nen Goldhugu gehört? Meiner kann es nicht gewesen sein. Ich bin nicht in der Nähe. Ich bin an meiner vielleicht. Oh. Hätte er jetzt noch alles so ne Scheiße. Ich bin auch wieder am Start. Boah, aua. Ja, das waren die Granatwerfer, oder? Ja, ne, ich hab die Tür aufgemacht und die haben halt direkt abgefeuert alle zusammen. Auf mich. Ein mieses kleines Vieh hier auf hier rumzuspringen. Nice. 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 Leso. Bröt. Boah. Hier ist doch auch gut Party in der Hust. Ist hier nicht der Würfel? Äh, ja. Wollen wir den nicht suchen? Ja, ich weiß nicht, ob man das in nem Wyft... Ne, nem Wyft müsste der nicht sein, aber es ist das Gebiet. Ist er das, ja. Ah, Fluch ist drauf. Na komm, ich mach mal wieder Pfeile hier. Ui. Ich hab ein Problem. Ich hab bald meine Blutsplitter voll. Bark, bark, bark. Das ist tatsächlich ein Problem. Au. Ich mach zu. So, was haben wir denn hier? Zauberstab 161, ne, wa. Boah, hier riecht's grad voll geil in der Essen. Gut, das war... Ich hab... Bitte? Ich hab während... Ich war grad übelst abgelegt. Ich hab während der Frage auch ein Bäuerchen gemacht. Vielleicht hast du das gerochen. Ne, was... Zauberstab 161. Äh, nö. Gut, das hat er übergesprochen hat. Ja, Bullshit. Das tue ich... Das tue es wagst, dich zu beschweren. Oh, ich hab auch nur Bullshit bekommen. Dass du es wagst. So, ich leg mal den Ring hier in Sicherheit. Vielleicht kann man den noch bald machen, irgendwas mit dem. Aber wahrscheinlich nicht. Okay, das ist wie ich dann schon... Ich glaub nicht. Den sie, das ist deine Chance auf die Lüste zu gehen, ne. Klinzi, das ist deine Chance, auf die Lüste zu gehen, ne. Der ist schon. Bahhhhhh. Tääääääh! Waaahhoh hohoho, voller Leichte, halt! Was ist dagegen? Hahaha. handelt jetzt hier aufgemacht nur schon mal weg kannst du mal offen hier alarm zu machen doch mal alarm alarm er kennt aber nur den film hier fehlen heute die sind schon drin fehlt noch das war notwehr ich sehe es und das macht ja gar kein schon in dem gebiet das ist ja überall gefährlich aus was du da geschossen hast ach da stand noch wer waren zwei das nummer zwei muss noch mal drei nummer drei müssen kurz noch mal ich bin da macht auch kein turn mit mir Meep meep. Und weg. Uh, spaß du. Hast du das gesehen? Die zusammengezogen worden sind? Ja. Hat hardy gut geklappt. Ui, Party! Alle verflucht. Was ist das denn hier für ein Hestlon? Ja, der fällt voll auseinander.